Commerzbank startet den Handel mit Bitcoin und Ethereum. Die Commerzbank steigt offiziell ins Kryptogeschäft ein und bedient zunächst ausschließlich Firmenkunden. Gemeinsam mit CryptoFinance bietet die Commerzbank Firmenkunden in Deutschland ab sofort Zugang zu Kryptowerten. Das Angebot konzentriert sich zunächst auf Bitcoin und Ether und richtet sich an ausgewählte Bestandskunden. Die Verwahrung der Kryptowerte erfolgt durch die Commerzbank, während CryptoFinance den Handel organisiert. Die Commerzbank erhielt im November 2023 als erste deutsche Universalbank eine Kryptoverwahrlizenz. Der deutsche Bankensektor ist damit offiziell im Kryptospace angekommen, auch aufgrund der Aufsichtsbehörde BaFin. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.